Wie geht es weiter mit dem Machtkampf in Russland? In den Tagesthemen um 22 Uhr informiert Ingo Zamperoni Sie über die jüngsten Entwicklungen mit politischen und militärischen Analysen und Interviews. Und jetzt, wie schon angekündigt, geht es weiter mit dem Brennpunkt und Ellen Inni. Danke Susanne Daubner und herzlich willkommen zu diesem Brennpunkt heute an diesem erstaunlichen Tag. Der Krimi Nord bei Nordwest verschiebt sich um 20 Minuten.